Kapitel 14 Bilanzen und Beziehungen, balancieren zwischen Arbeit und Privatleben Die Bilanz ist in der Welt der Kapitalanlagen ein kritisches Instrument, ein Maßstab für Erfolg und Stabilität. Doch Anja, die erfahrene Geschäftsführerin, und René-Marie, die dynamische Nachwuchskraft bei der Kapitalanlagegesellschaft, wussten, dass es eine andere Bilanz gab, die genauso sorgfältig ausbalanciert werden musste, die zwischen Berufs- und Privatleben Diese Geschichte beginnt an einem späten Abend im Büro, als das flackernde Licht über Anjas Schreibtisch die einzige Beleuchtung im sonst dunklen Großraumbüro war. Sie war bekannt für ihre Arbeitsmoral, doch an diesem Abend war es mehr als nur Pflichtgefühl, es war der Druck eines großen, anstehenden Projektes. René-Marie, die normalerweise um diese Zeit längst zu Hause wäre, blieb ebenfalls, motiviert von ihrem Eifer und dem Wunsch, sich zu beweisen. Es war Anja, die das Schweigen brach. Wir sind gut im Zählen, sagte sie und blickte auf die vielen Stunden, die sie bereits gearbeitet hatten, aber manchmal zählen wir nicht das, was wirklich zählt. Dieser Moment der Reflexion war der Auslöser für eine tiefgründige Diskussion zwischen den beiden Frauen über die Herausforderungen, Arbeit und Leben unter einen Hut zu bringen. Anja teilte ihre Erfahrungen und wie sie gelernt hatte, dass das Meistern dieser Balance nicht nur ein Wunsch sein sollte, sondern eine Notwendigkeit. Sie sprach von Zeiten, in denen das Büro ihr zweites Zuhause geworden war, und von den Kosten, die dies für ihr persönliches Leben hatte. René-Marie hörte aufmerksam zu, denn auch sie spürte bereits die Anforderungen, die der Job an sie stellte. Zusammen erarbeiteten sie Strategien, um dieser ständigen Herausforderung zu begegnen. Sie implementierten feste Abschaltzeiten, in denen das Büro verlassen werden musste, um den Kopf freizubekommen und Zeit für die Familie oder für persönliche Interessen zu haben. Sie führten auch Wellness-Mittwoche ein, an denen das Team früher gehen dürfte, um Sport zu treiben oder sich anderen Erholungsaktivitäten zu widmen. Die Veränderung war nicht nur im Büro spürbar. Mitarbeiter begannen, von neu entdeckten Hobbys zu erzählen, von mehr Zeit mit den Kindern oder von kleinen Ausflügen, die sie am Wochenende unternahmen. Die Zufriedenheit und die Energie im Büro stiegen, und paradoxerweise stieg auch die Produktivität. Es war, als hätte das Zulassen von Leben außerhalb der Arbeit mehr Raum für Kreativität und Engagement während der Arbeitszeit geschaffen. Die Geschichte von Anja und René-Marie ist eine Erinnerung daran, dass Bilanzen nicht nur in Geschäftsberichten wichtig sind, sondern auch im persönlichen Bereich. Durch das Finden eines gesunden Gleichgewichts zwischen Arbeit und Privatleben kann ein Unternehmen nicht nur die Arbeitsmoral verbessern, sondern auch eine Kultur der Fürsorge und Unterstützung schaffen, die zu echter Loyalität und langfristigem Erfolg führt.